Willkommen hier zu Arma 3 oder wie ist es auch, äh, beziehungsweise Arma 3 Distrikt 41 oder wie ich es auch gerne nenne, Distrikt Suizid-Befährdung. Äh, wir sehen hier eine ganz, ganz tolle Brücke und wir sehen hier zwei, na gut, jetzt nur noch ein Körper, der andere ist schon gerespawned, äh, und zwar die Schneckball und der gute Pillow, die haben gemeint, sie müssten mal von der Brücke springen. Ja, aber, aber, Brian, du weißt doch, ich springe gerne von Brücken oder generell von hohen Gebäuden. Ja, das stimmt, in ESO auch schon. Ja, das habe ich das Elderskreuz übernommen, das ist Standard. Ähm, ja, jetzt müssen wir warten, bis sie nämlich gerespawned sind, weil die gute Schneckball nämlich eigentlich auf dem Weg war, ihr Auto zu holen, sie hat es schon aus der Garage rausgeholt, aber, das steht jetzt noch so, als würde man es gerade aus der Garage holen, das heißt, ich kann jetzt... Ja, aber mit einer roten Hose. Ich finde das. Ah. Ähm, das heißt, ich könnte jetzt auch mein Auto noch nicht mal rausholen. Ach ja, stimmt, ja, dann kaufe ich mir erst... Ja, scheiße. Da auch. So, und da haben wir das gute Auto. Du kannst es schon, aber vielleicht explodiert es dann wieder. Ne, es geht nicht, ich hab's probiert. Er sagt mir dann, äh, Auto geht nicht, weil, äh, Platz versperrt. Weißt du noch, damals, als wir es erstmal irgendwie gespielt haben, dann bam, 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 erstmal überall Explosionen. Überall Explosionen hast du nicht gesehen, ja. Es fängt an zu regnen. Okay, ja, dann renne ich mal zurück zum Markt und breche mal das Auto auf. Ja, ich glaube, aber bis dahin ist die Schneckball respawned. Ja, ich bin ja quasi schon unterwegs, ich bin ja schon wieder drauf hier. Ah, ist ja super. Und ich bin auch dabei. Ja, den Ditchi-Gamer, natürlich, sag doch mal, was meine Güte, so ruhig. Ja, ne, ich hab auf die... Aber dann schreit er immer so, dass wir alle in Herzen... Ja, genau, und dann... Hallo, hallo, ja, aber... Ne, ich hab auf die restlichen Leichen geachtet, sind die jetzt alle weg. Alle weg, okay. Alle weg, das ist eigentlich nur die Kanister, dann kann man die Kanister irgendwann mal nehmen. Wir dürfen nicht nur auf die Leichen achten, sondern wir müssen auch auf das Loot hier achten. So, da wird gerade eine über die Brücke. Pillow, kannst du mal deinen Loot hier wieder einsammeln? Ähm, ja, warte mal, ich komm mal auf diesen sicheren Weg. Ich weiß aber gar nicht, ob das... Da kann man vielleicht gar nichts mehr, ey. Ich weiß aber gar nicht, ob du das alles einsammeln kannst. Ne, da ist, glaube ich, nichts mehr so ein. Also die Kanister und sowas kann ich nicht einsammeln. Ne, ich seh auch grad, dass du das nicht einsammeln kannst. Na, warte mal, ich geh mal hier die Treppe runter. Aber ihr hattet ja jetzt kein Vermögen in der Hosentasche, oder? Weiß es nicht, ich glaub ich hab einen Tausender, aber den kann ich entbehren. Schneckball? Hm, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber ich kann's langsam hier runter... Stufe für Stufe. Versuche schon wieder, verzweifelt die Karte einzustellen. Ach Gott. Genau, das warst du. Moni. Kann ich das denn aufheben, irgendwie? Ja, ja, so geht das. Warte mal, hier, warte. Ah, wo ist es denn? Oh, da ist aber auch jemand, äh... Eifrig am Glockenbimmeln. So. Äh, recht... Ah, jetzt hier. Ja, bitte? Rechtes STRG und... Ähm, aber ich, aber ich glaub... Das geht nicht mehr. Aber ja, weil du, weil du erstmal eh deine Karte kaufen musst. Jetzt, so jetzt, jetzt mal ausprobieren. Wie soll ich denn jetzt die Garage finden? Indem du die M-Taste drückst. Nur die M-Taste. Ja, ja, das hab ich ja. Wieso verliere ich denn Energie, wenn ich runtergegen den Koffer renne? Und dann jetzt einfach mit Shift-Linke-Maus-Taste... Oh, wie schnell, Ditchi, komm mal her. Siehst du das? Ich renne hier gegen den Koffer. Da, wo Garage steht. Pass auf hier. Ich geh gegen den Koffer. Bam. Na, was? Hast du's gesehen, Ditchi? Ja. Und da links nebendran ist die Brücke. Ich bin schon wieder tot. Und da links nebendran... Und da links nebendran ist die Brücke, wo du gehen musst. Du bist jetzt gegen den Koffer gerannt und bist schon wieder tot. Da sind die ganze Verzeugung. Ja. Ab jetzt führen wir an der Regel ein, Suizide werden nicht geduldet. Das war ja keine Absicht. Ich wollte einfach nur diesen Benzinkanister aufheben und auf einmal sterbe ich schon wieder. Hat er sich direkt in eine Schnittwunde in der Brust zugezogen, die Beine gebrochen oder was weiß ich. Kannst du dich irgendwie orientieren, Ditchi? Nö, weil der Wegpunkt mir nicht richtig angezeigt wird. Ohne Witz. Das ist hier richtig verarsche. Warum wird er denn nicht richtig angezeigt? Ja, weil, wenn ich da hingehe, dann bleibe ich auf dem Marktplatz. Ich habe ihn aber... Nein, ich bin nicht so blöd. Ich habe mir den Wegpunkt auf die Garage gelegt. Bist du am Marktplatz, ja? Ja, ja. Dann komme ich da jetzt hin. Nein, ich... Wenn du bei der Hauptstraße bist, gehst du einfach rechts runter. Ja, ja, genau, da bin ich schon. Ich laufe einfach. Ja. Da. Ich bin auf dem Weg. Upsa. Man rennt gegen den Koffer und stirbt. Das ist das Geilste. Gegen den Koffer? Ja, Ditchi, kannst du bezeugen. Ich habe da rumgelürft, bin da einmal gegengelaufen, bin tot umgefallen. Als erstes fahr bitte jetzt mal dein Auto wegschminkbar. Jawohl, Chef. Jawohl, mein Meister. Mein Herr und Gebieter. Bist du gar nicht, dass wir eigentlich aufsammeln? Vielig Geld. Das ist ja gemein. So stelle ich mir das vor. Das war mir klar, dass du was stehst. Ach, man kann sogar springen. Guck mal an, mit Leertaste. Alle Hosenverschlüsse bitte zulassen. War nicht meine Hose? Hm. Nein, das war... War bei deinem Mikro keine Tasche dabei? Doch, natürlich. Ja, das war die Tasche. Schneckball, fahr langsam, ja? Ja, ich kann Autofahren, weißt du das? Ich habe hier nicht letztes Mal die ganzen Autos zum Explodieren gebracht. Ich auch nicht. Ich habe mir... Du kannst... Guck dir bitte morgen das Video an. Du siehst, dass ich ganz... Dass ich zu allen Autos mindestens 10 Meter Platz hatte. Oder 5 Meter wenigstens. Aber der Spiegel hat dann 5 Meter nach rechts geglitscht und dann sind die anderen Autos... Ne, ohne Mist. Ich habe mir das wirklich dreimal angeguckt, die Aufnahme. Auf, zum Marktplatz erstmal jetzt. Ja, ich gehe auch zum Marktplatz und tue mir erstmal meine ganzen Sachen. Wie kann ich nochmal hier die Sicht ändern im Auto? Äh, auch Enter. Ach, ja, aber nur das... Ne, das meine ich nicht. Achso, zweimal alt. Ach, zweimal. Ja, manchmal greift das auch nicht. Das habe ich auch verloren. Ich fahre nicht vor. Könnt ihr mal... Achso, genau. Könnt ihr mal... Ich möchte mein Auto haben. DG, du weißt, wie es zum Marktplatz geht? Ja. Okay, alles klar. Die Lada Gang ist wieder unterwegs. Ja, mal gucken, wann der nächste Spiel ist. Wie lange? Der ist sogar aufgetankt. Das ist ja nice. Das stimmt, ja. Regnet. Jetzt nicht erst bei dir oder die ganze Zeit schon? Vielleicht habe ich vorher wieder nicht... Es regnet, aber es scheint die Sonne. Wie ist das möglich? Ich hätte dann gerne durch den hohen Realismusgrad hier einen Regenbogen. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der fehlt mir jetzt hier. Wir müssen jetzt mal einen Kobold töten. Jetzt muss ich auch echt alles neu kaufen. Ich habe ein paar Sachen von euch gelootet. Was ist das denn zum Beispiel? Muss ich gleich mal schauen. Dein rotes Auto. So. Vorsicht! Das wäre natürlich jetzt noch gewesen, ey. Ja. Überfahren. So, super. Ich habe kein Auto. Guck mal her. Ich droppe hier mal was. So Nachtsichtgeräte habe ich von euch beiden. Ja, super. Ja, kannst du mal verteilen. Gibt es denn hier... Zack. Beide. Einen Hut. Gibt es ja nicht nur mal hier. Ach du, noch ein Nachtsichtgerät. Einen Kompass. Äh, ne, GPS habe ich beide noch. Ja, das ist ja schon mal das Wichtigste. Hier greife ich mir mal rein. So, bitteschön. Hier, da brauchen wir noch coole Klamotten. Wo kann man denn coole Klamotten kaufen? Mach schon. Klamotten wäre gut. Da, wo du bist? Oh, Kloffing ist da drin. Ah, na, na. Abheben. Ja, boah. Jäger Outfit. Hinterwäldler. Was mit deinem Auto, Pillow? Ja, also steht, ich habe keins. Ich glaube, ich nehme das. Oh, jetzt kann ich mich ja sehen. Geil. Kein Geld, ich tue. Mal erstmal hier. Entschuldigung, da ist nicht genug Geld, diese Kleidung zu kaufen. Hab ich wohl. Und das Car Shop. Clothing Store. Ich muss auch zur Bank. Wo ist die? Ähm, da hinten. Links, hinter. Diagonal links. Links, anderes links. Anderes links. Genau. Bei dem großen Hauser. Links, nach rechts. Ach, Mann. Manu. Ja. Echt. So, wie viel hebe ich mir jetzt ab? 2000? Ja. Was, ist jetzt wieder witzig? Oh, da verlieh ich sogar mein Hitze schon. Entschuldigung. So, das ist mal. Ich musste nur gerade so, äh, von eben. Ich glaube, das werde ich als, äh, ein Einspieler machen. Links, ich habe gründlich links. Nein, anderes links. Ah, toll. So, ich. Kaufen jetzt erstmal geile Klamotten. So. Ich will eine richtig geile Brille haben, Mann. So eine, wie ich habe. Nee, ja. Das ist viel cooler. So, jetzt will ich mir ein Auto kaufen. Mit Nachtsicht siehst du am Tag gar nichts. Deswegen ist es ja auch ein Nachtsichtgerät, ne? So. Klug Scheißerin. Muss ich mir jetzt noch hier Werkzeugkasten kaufen. Das Tagsichtgerät hat man übrigens Augen. Ähm, ich, ein Werkzeugkasten, mal zwei Stück oder so, würde ich dir schon raten. Weil es kann immer mal ein Blöd was passieren, dass du das Auto irgendwie irgendwo anfährst und kaputt geht. Mach erst einen Rucksack, ich habe gar keinen Platz. Habe ich den auch im General Store? Nee, im Clothes. Clothing Store. Du kannst nämlich bei so einem Dropdown, ähm, Rucksack ausnehmen. Genau. Und nimmst am besten direkt den, direkt den größten nehmen. Direkt den größten. So, das haben wir. Wow. Genau, Pille, lauf mir doch mal vor die Nase. Pille hat direkt ein großes Auto geholt. Das ist schon mal gut. Ja, für mich. Aber ich muss, ähm, hier erstmal ausstellen. Dein Geld ist unser Geld. Können wir mich mal am Popo knutschen? Mal den Market kaufen. Ich brauche... Wo ist die Handbremse? Hat mir das mal gesagt. Auf V, oder? Ich glaube, auf der Taste noch nicht. Bei Wasserflaschen? Der Taste ist ja... X ist... 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 Handbremse. Und wir nehmen uns noch ein litrig mit, falls wir ein Auto finden. Oh, jetzt habe ich noch 900. Wie kriege ich denn das Reparatur-Kit hier im General Store, ne? Ich falsch. Es... Essenzüge hier nicht? Nein, da unten an dem... Im Burgerladen. Aber man kann sich ja auch zwei Skills kaufen, ne? Bei dem Typen. Skills? Ja. Saftpressen und irgendwas anderes. So, Typ. Ich würde gerne... Wo denn? Bei wem denn? Hier? Oh. Hier bei dem... Direkt rechts, wenn du hier hochkommst. Hier bei dem Fahrzeug... Äh... Führerscheinhändler. So. Kann man sich Lizenzen kaufen. Boah, 10.000 und 25.000. Ich habe jetzt nur noch 1.000. Also, das war es dann. Insgesamt? Ja. Aber du kannst dir hier auch eine Eigentumsurkunde für 25.000 kaufen. Ja, dann kriegst du dein eigenes Haus, ne? Oder? Oder dann, ja, so ein Häuschen halt, ja. Cool. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, ich habe ja gesagt, wir fahren jetzt runter zum Steinbruch. Wir haben ja alle Spitzhacken. Nee, ich nicht. Ach, ihr habt ja keine mehr. Holt euch noch eine Spitzhacke. Weil der Weg vom Steinbruch zur Steinverarbeitung ist der kürzeste und auch der einfachste. Also muss ich mir wieder Geld abheben. Und auch der einfachste. Okay, also ich habe jetzt eine Spitzhacke. Ich habe mir Wasser gekauft. Essen, trinken, genau. Ich habe mir Kaninchenfleisch gekauft. Benzinkanister nicht vergessen. Oh, Benzinkanister. Hab ich die überhaupt? Wo waren die denn noch? Ja, ich habe zwei Benzinkanister. Ähm, beim Market. Direkt in diesem Burgerladen, ne? Bei dem Burgerladen, ja. Guck ich gerade mal, wo wir langen müssen. Ich stehe jetzt. Bei dem da. Dem? Ja. Danke. Kaufen. Ach, da. So, ich habe ein... Das soll Silber sein übrigens hier, dieses Auto, ne? Nur so zur Info. Das ist wohl eher verrostetes Silber, wenn du behauptst. Das ist Bronze, Mann. Heiße Gold. Veredelt. Okay. Also jetzt habe ich auch keine Kohle mehr, aber einen Benzinkanister konnte ich noch kaufen. Ja, ich habe auch noch zwei dabei. Ich habe auch zwei dabei. Und auf dem Weg dahin, und auf dem Weg zum Steinbuch sind auch nochmal zwei Tanken. Ähm, ach so. Mindestens. Aber einen Tanken kriegt man das doch nicht, oder? Doch, doch, du kriegst ja, bei der Tanken kannst du auch füllen, den Kanister. Ach so. Glaube ich. Ist hier der im Auto drin? Können wir fahren. Ne, 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 ne. Ich muss noch eine Spitzacke kaufen. Ja, ich fahre jetzt die Weitere, sonst stehe ich mitten im Weg. Ja, hier müssen wir eh langen, wo du langfährst, Pellong. Nein, ich habe schon mal einen Wegpunkt gesetzt. Sehr gut. Okidoki. Kann losgehen. Auf los geht's los. Jemand von euch eigentlich irgendwie Zeit im Blick hier, oder? Ja, ja, ich habe Zeit im Blick. Ich denke mal, wenn wir beim Steinbruch angekommen sind, können wir die Folge beenden. Aber that's no problem. Die ist lustig, eine Autofahrt ist schön. Wenn wir da auch überhaupt heile ankommen, das ist, äh... Wäre schon mal ein Riesenerfolg. Ja. Wie weit ist das denn? Mal von mir hinterher fahren. Äh, ist ein bisschen. Oh Gott, ich bin fast gegen die Mauer gefahren. Hier jetzt links rein. Gut, hier. Ja. Okay. Kommst du hinterher, Schneckball, ja? Ja, ja, ja. Aber jetzt, ich, äh... Im Straßenverlauf. Ich habe mir jetzt gar keine Karte gekauft, ne? Was sagst du dir? Keine Karte? Keine Karte. Ne, ist nicht so schlimm. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Ach doch, stimmt. Achso, okay, gut. Ja, ja, doch, geht wieder. Ich habe es. Da, da, da vorne, die heizen die anderen beiden. Oh, ich sehe... Ich sehe nur noch einen kleinen roten Punkt. Von mir, oder was? Oder vom Pillow? Ja, wenn du... In Silber... Ja, ich mache ein bisschen langsam. Ja, noch kann ich, äh... Was sehen. Hier ist er auch nur geradeaus. Das geht ja. Irgendwie ruckelt der Server mehr das letzte Mal, oder? Irgendwie, mein Freund, nicht so. Das ist ein bisschen am Ende der Straße. Links. Oh, 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 tsch. Wow, sag doch, was ist das? Ich warte, ich, ich erwarte schon am Horizont den Feuerball. Das ist links, ne? Okay, ja, okay, alles klar. An der großen, an der großen Straße links. Dunkeln Straße. Ist dunkel. An der großen? Ja, aber die ist dunkel für Farbe, Hintergrund und so. Ja, also hier. Können wir auch mal eben die Abkürzung nehmen. Ich nick mal, yeah. Ich nick mal, offroad. Offroad, action. Bleib doch nicht, dass wir jetzt noch aneinander crashen hier. Bleib bloß weg von mir. Oh, na. Dann müssen wir hier links runter. Ein. Was, wo musst du lang? Links ist er, glaube ich, gefahren. Da unten schon der Steinbruch, ja? Ja, ja. Wo bist du denn links reingefahren? Das frage ich mich auch gerade. Hier links steckt bei. Hier geht dieser. Ist jetzt geradeaus weitergefahren? Ja, ist er. Er ist da unten schon bei dem Haus. Ah, du musst zurück. Hier ist so ein Feldweg. Da ist ein Feldweg. Du bist doch direkt hinter mir gewesen. Bei der Leitplanke. Am Ende von der Leitplanke musst du dann rechts gleich. Ja, du kannst, ja. Hier, wo ich bin, musst du eigentlich hin. Oh, die war so schnell, das hab ich übersehen. Äh, äh, hier musst du hin. Hier, ja, genau, schön. Jetzt fährst du hier nicht gegen den Stein. Hey, auch nicht gegen den Stein. Wo kann ich denn, hä, wo denn? Äh, machst du hier einen schönen großen Bogen. Kann ich denn hier bitte abbauen? Bei dem Haus, glaube ich, bei dem Haus. Ach, da hinten, ne? Ach, guck mal, beim Haus, wirklich, tatsächlich. Ich baue in der Luft, baue ich Steine ab. Nein, du baust das Haus auseinander. Echt? Ja, sieht man doch. Baust Bruchstein ab. Ich habe einen abgebaut. Das dauert zehn Sekunden. Das andere hat, glaube ich, aber 15 oder sowas gedauert, ne? Kupfer. Zwei, zwei Stück hab ich schon. Mit Leertaste, ne? Ja, genau. So. Bob der Baumeister. Genau, Bob der Baumeister. Wir haben ihn wieder. Gut. Und merkt euch nicht gegen einen Koffer laufen, dann seid ihr direkt tot. Oder von der Brücke springen. Wir sind nicht gesprungen. Ja, ja. Hätte ich es auch gesagt. Brandy, wir haben jetzt das Gleiche an. Das finde ich ein bisschen, äh... Boah, du bist frei die Nachmacherin. Aber du hast eine Bandanne an und ich hab so einen coolen Hut auf. Ja. Partner, du... Jetzt diskriminier sie nicht, weil sie Krebs hat. Mein Gott. Das war sie, ey. Okay, okay. Diskriminier sie nicht, weil sie ein männliches Charakterstück hier hat. Ich finde das eigentlich doof, dass man hier keine Frau nehmen kann. Das ist irgendwie... Bisschen, äh... Ja. Das ist schon blöd, ja. Dauert... Irgendwie dauert das echt ewig hier. Aber ich hab die coolste Brille von allen. Ich hab gar keine. Wollt ihr sie sehen? Guck du mal. Richtig geil. Richtig geil. Sieht aus wie so ein... Ich hab gespaced, der Sci-Fi-Freak, der nix anderes macht, außer in den Himmel gucken und nach Aliens Ausschau hält. Ja, was meinst du, warum ich ein Nachtsichtgerät hab? Das will ich gar nicht wissen. Wer weiß, an welchen dunklen Orten, wo die Sonne nicht hinscheint, du überall hinguckst. Ja. Das möchten wir wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Doch. Erzäh mal. Okay, wie weit soll ich denn jetzt in den Teil gehen? Mein Inventar ist schon voll. Wie viel hast du abgebaut? Äh... Moment. 17. 17? Ich bin jetzt bei 12. Ich hab 10. Sehr realistisch. Ich massakriere meine Tastatur. Okay, 1x1 hat 40, glaub ich. Also ein, ein... Gewicht vom Gewicht her, ja. Jetzt läuft die Schnecke mit, aber durch den Dings. Was mach ich? Nichts. Er ist nur neidisch. Glaub auch. Ach, mein Inventar ist voll. Jetzt hab ich... Ach, jetzt hab ich ja wieder meinen Kofferraumdeckel aufgemacht. Da geht es wieder nicht zu. Einfach mit... Einfach mit T. Ja, ja. Oh, 18. Ganze... Ganze 12 passen in mein Auto rein. Ja, ich hab schon 17 in meinem Auto. Du hast auch ein größeres. Ja, weil ich Kohle hatte. Gott, man muss diese coole Sonnenbrille leisten. Wie lange hat das gekostet, das Auto? Äh, 9800. Jo, das hätt ich mir auch noch holen können. Ich hab 15.000 auf dem Konto. Ja, deswegen hab ich's mir ja direkt geholt, weil... Wenn wir jetzt größere Mengen abtransportieren wollen... Ja, wir können ja, wenn unsere Autos voll sind, bei dir noch einladen, weil das... Nö, 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 nö. Alles, was bei mir im Auto da hat, gehört dann an mir. Na, 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 man. Nicht so egoistisch hier. Ja, aber echt. Nicht egoistisch. Ihr habt genug Geld, um euch ein eigenes Auto zu kaufen. Oh, Mann. Doch alles entgeben und nehmen hier. Eben, genau. Den Spruch verknallfe ich mir jetzt. Wenn ich jetzt noch ein... Mal. Ich glaub, der Brainy kennt den. Weiß ich nicht. Vielleicht. Der Brainy ist immer ein bisschen vergesslich, also... Weiß ich schon. Du genauso. Gar nicht. Oh, doch. Und jetzt die Klamotten aus und Schlamm catchen, bitte, ja? Hättest du wohl gern. Natürlich. Ich seh immer gern zwei Männern beim Schlamm catchen zu. Du bist nicht berechtigt, in den Rucksäcke zu gucken. Hä? Barker. Na, aber echt. Hätte ich gar nichts an, was wir in unseren Rucksack haben. Ich will gar nicht wissen, was du in deinem Rucksack hast. So, mein Auto und Rucksack ist voll. Wieso sagt er mir das jetzt auch? Du bist nicht berechtigt. Ich wollte gar nicht... Ja, weil jemand, weil jemand, wenn ein Spieler hier durchläuft, dann hast du kurzzeitig dieses Menü, dass du in den Rucksack gucken kannst. So, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg zur Steinverarbeitung. Ähm, hat jemand Geld für die, äh, für die, äh, Lizenz? Kostet die? Ja, natürlich kostet die. Hups. Ne, dann werden wir gleich aufs Spiel nochmal kurz zum Marktplatz fahren, Geld holen und sehen uns dann auf den Weg zur Steinverarbeitung gleich, beziehungsweise bei der nächsten Folge dann wieder. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.